Achtung! HIV-Energie-Level unter Energie jetzt auf 10%, Energie jetzt auf 15%, Energie jetzt auf 20%, Energie jetzt auf 25%, Energie jetzt auf 30%, Energie jetzt auf 35%, Energie jetzt auf 50%, Energie jetzt auf 60%, Energie jetzt auf 65%, Energie jetzt auf 70%, Energie jetzt auf 75%, Energie jetzt auf 80%, Energie jetzt auf 85%, Energie jetzt auf 90%, Energie jetzt auf 95%, Energie-Unterstützung. Bewegungsaktiviert 100%, 9mm Munition, aufgenommen, Munition Kaliber 44, aufgenommen, Faustfeuerwaffe Kaliber 44, aufgenommen. Willkommen beim Schutzsystem HEV Mark IV für den Einsatz unter gefährlichen Umweltbedingungen. Energieunterstützung Bewegungsaktiviert 100% Reaktive Aufprallabsorptionspanzerung aktiviert 5% Sensoren für atmosphärische Verschmutzung aktiviert Überwachung der Lebenszeichen aktiviert Überwachung der Munitionsvorräte aktiviert Überwachung der Munitionsvorräte aktiviert Auswahlsystem für Defensivwaffen aktiviert Automatische Medizinsysteme aktiviert Energieunterstützung Bewegungsaktivierung Bewegungsaktiviert 100% Wir wünschen einen schönen, sicheren Tag Selbstfliegende Granate, aufgenommen Automatisches Zielerfassungssystem, deaktiviert Automatisches Zielerfassungssystem, aktiviert Munition Verbraucht Vollautomatische 9mm Waffe, aufgenommen Energiemodul für Schutzanzug, aufgenommen Mit Nervengift behandelte Armbrustmunition, aufgenommen Munition für Actiongewehr, aufgenommen Es ist jetzt 1 Uhr Es ist jetzt 1 Uhr Es ist jetzt 2 Uhr Es ist jetzt 3 Uhr Es ist jetzt 4 Uhr Es ist jetzt 5 Uhr Es ist jetzt 6 Uhr Es ist jetzt 7 Uhr Es ist jetzt 8 Uhr Es ist jetzt 9 Uhr Es ist jetzt 10 Uhr Es ist jetzt elf Uhr. Es ist jetzt zwölf Uhr. Es ist jetzt dreizehn Uhr. Es ist jetzt siebzehn Uhr. Es ist jetzt achtzehn Uhr. Es ist jetzt neunzehn Uhr. Es ist jetzt 20 Uhr. Es ist jetzt 21 Uhr. Es ist jetzt 22 Uhr. Es ist jetzt 23 Uhr. Es ist jetzt 24 Uhr. Achtung! Biologische Gefahr entdeckt. Achtung! Gefährliche Chemikalien entdeckt. Achtung! Gefährliche Strahlungswerte gemessen. Mögliche Bioanzeige gegen Gift verabreicht. 100% Antitoxin verabreicht. Achtung! Gefährliche Strahlungsstärken gemessen. 100% Kleinere Fleischwunden diagnostiziert. Größere Fleischwunden diagnostiziert. Innere Blutungen diagnostiziert. Achtung! Blutgifte diagnostiziert. Kleiner Bruch diagnostiziert. Großer Bruch diagnostiziert. Blutverlust festgestellt. Medizinische Versorgung nötig. Panzerung! Defekt! Panzerung! Defekt! HIV! Kritische Fehlfunktion. HIV! Allgemeine Fehlfunktion. HIV! Hat Schaden genommen. Energie wiederhergestellt. Experimentelle Energiewaffe aufgenommen. Energieauflademodul aufgenommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, verbleibende Zeit. 10 Sekunden verbleibende Zeit. 15 Sekunden verbleibende Zeit. 20 Sekunden verbleibende Zeit. 30 Sekunden. Achtung! Beschädigung durch extreme Hitze festgestellt. Experimentelle Hochgeschwindigkeitswaffe aufgenommen. 16 Meter Reichweite. 12 Meter Reichweite, 11 Meter Reichweite, 10 Meter Reichweite, 9 Meter Reichweite, 8 Meter Reichweite, 7 Meter Reichweite, 6 Meter Reichweite, 5 Meter Reichweite, 4 Meter Reichweite, 3 Meter Reichweite, 2 Meter Splittergranate, aufgenommen, Wunde sterilisiert. Morphin verabreicht, Druckverband angelegt, Blutung hat aufgehört, Blutplasma verabreicht, Antitoxin verabreicht, Gegengift verabreicht, Wunde sterilisiert. Morphin verabreicht, medizinische Schäden repariert, Achtung, Lebenszeichen werden schwächer, Achtung, Lebenszeichen werden schwächer, Achtung, Lebenszeichen kritisch, Notfall. Exitus steht unmittelbar bevor, Achtung, Lebenszeichen werden schwächer, Gebiet evakuieren, Achtung, Lebenszeichen kritisch, Gebiet evakuieren, Notfall. Exitus steht unmittelbar bevor, Gebiet sofort evakuieren, nicht identifizierte biologische Waffe, nicht genügend medizinisches Material, um den Schaden zu beheben, automatische Medizinsysteme aktiviert, medizinische Versorgung aktiv, automatisches Medikit aufgenommen, Halbautomatische 9mm Pistole, aufgenommen, lasergesteuerte Raketenwerfer, aufgenommen, lasergesteuerte Rakete, aufgenommen, ferngesteuerte Sprengeinheit, aufgenommen, Achtung, Beschädigung durch Elektrizität, festgestellt, Actiongewehr, aufgenommen, nicht identifizierte biologische Waffe, lasergesteuerte Mine, aufgenommen, Sprachsystem aktiviert, Sprachsystem deaktiviert, Hochgeschwindigkeitstarnarmbrust, aufgenommen,